Eine ganz besondere Wanderausstellung anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des niederländischen Königshauses wird derzeit in den Schweriner Höfen gezeigt. Hinter dem Titel Oranjeroute steckt die aufregende Geschichte der fast 3000 Kilometer langen Ferienstraße, die von Amsterdam durch Nord- und Mitteldeutschland wieder nach Amsterdam führt. Auch Schwerin gehört zu den insgesamt 28 Stationen der Oranjeroute. Mehr über die mecklenburgisch-niederländischen Beziehungen können die Besucher in den Schweriner Höfen noch bis zum 15. Oktober erfahren.